Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr vorbeischaut. Ich möchte heute mit euch über meine Masterarbeit sprechen, die sich mit der erwartungsfokussierten psychotherapeutischen Intervention, kurz EFPI, in der Beratung bei interpersonellen Konflikten befasst. Konkreter möchte ich dabei untersuchen, welche Faktoren die Wirksamkeit der Kurzintervention beeinflussen. Genau, zunächst stellt sich natürlich die Frage, was sind Erwartungen eigentlich? Und unter Erwartungen versteht man zukunftsgerichtete Kognition einer Person über bevorstehende Ereignisse oder Erfahrungen. Das kann man sich so ein bisschen in so Wenn-Dann-Sätzen vorstellen. Wenn X passiert oder eintrifft, dann wird Y folgen. Und das könnt ihr euch sicher auch vorstellen. In diesem Sinne haben Erwartungen einen Einfluss auf die Wahrnehmung und das Erleben von Individuen und bestimmen damit auch maßgeblich ihr Verhalten. Erwartungen wurden in den letzten Jahren intensiv im psychologischen und psychotherapeutischen Kontext beforscht. Und man kann schlussfolgern, dass Erwartungen relevant für die Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Erkrankungen sind und dass sie eine sehr wichtige Determinante für den Verlauf und den Erfolg psychotherapeutischer und medizinischer Maßnahmen sind. Die Entstehung und Aufrechterhaltung von Erwartungen, insbesondere von negativen Erwartungen, ist anschaulich im Biolex-Modell dargestellt. Man geht davon aus, dass generalisierte Erwartungen, die durch bisherige Erfahrungen, soziale Einflüsse und individuelle Differenzen entstanden sind, sich auf situationsspezifische Vorhersagen auswirken. Und auf diese situationsspezifische Erwartungen, auf diesen Gedanken, wenn X, dann Y, erfolgt eine antizipatorische Reaktion. Besonders dann, wenn man eine negative Folge erwartet. Wie können Erwartungen jetzt verändert werden? Im Sinne inhibitorischen Lernens ist das ganz eindeutig. Wir müssen eine korrigierende Erfahrung erleben und in deren Folge passen wir zunehmend unsere bisherigen Erwartungen an. In der psychotherapeutischen Praxis jedoch bleiben insbesondere negative Erwartungen häufig bestehen und das trotz vermeintlich erfolgreicher Exposition. Als Ursache dafür können Coping-Prozesse wie Akkommodation, Assimilation oder Immunisierung angesehen werden. Diese führen dazu, dass eine positive Erfahrung zum Beispiel auf das Setting attribuiert wird, was dazu führt, dass zukünftige Erwartungen nicht angepasst werden.